Ich habe sie an der Gomio Garden-Party kennengelernt. Ich fand sie sehr sympathisch und fand, es macht Spass, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Santo-Aprikosen-Sorbet, schöne Säure, schönen Zucker von Aprikosen, mega toll! Ich bin gerne so in der Natur oder auf dem See, am Kitesurfen, kann ich ein wenig abschalten und es wieder neue Ideen austüfteln im Kopf. Ich habe mega gerne Säure in der Küche. Ich finde, es macht so Gericht ein bisschen erfrischender, macht das Ganze mega spannend. Joghurt-Heidelbeere, weil ich auch die Joghurt-Glasse mega gerne habe, mit ein bisschen Früchte, mega tolle Geschichten. Was habe ich das letzte Mal gesagt? Kochen? Dominik Hartmann, ja. Civic ist eine Eure Seb stereotypa görd man schwer, von welchen Adämen-App kg-TPG ist. Dezige Werbienbach, was 만들 at nur loschen, oder, was du über den Reimer da? Und jetzt geht's mir das ganze Geld previous, H peroge Insязat per Koffertur Lesbuki. Untertitelung des ZDF, 2020